Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Thomas stimmt nicht mit ihr. Wir finden heraus, was da los ist. Verlass dich drauf. Das war bestimmt Fleckmann. Der Müllunternehmer, der kann was erleben. Herr Fleckmann glaubt, der Ozean ist seine persönliche Müllhalde. Wir gehen damit vor Gericht und an die Presse. Wollen Sie mich ärgern? Weißt du das Passwort? Komisch. Eltern nehmen immer die Namen ihrer Kinder. Flauschi-Bär? Der ist ja voll süß. Gut gemacht, mein kleines Flauschi-Bärchen. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste auf der Kammer auch euer Schiff mit drauf sein. Dann besorgen wir uns die Aufnahmen. Bäh, wie das stinkt. Jedenfalls nicht nach Fisch. Geht das nicht schneller? Nee. Die Kiste ist noch lahmer als du. Räuber im Versteck. Die Gartenhackung. Räuber im Versteck. Räuber im Versteck. Wow. Wir halten zusammen. Gängste, Gängste. Wir sind die Pfefferkörner. Wir sind die Pfefferkörner. Wir sind die Pfefferkörner. Wir sind die Pfefferkörner.